...Drohung und ebneten den Weg in eine bessere Zukunft. So schloss sich die Menschheit zusammen und vereignete Wissen und Ressourcen im Kampf gegen Guilt und medizinischen Terrorismus. Okay, ich hab nur zwei bekommen. Macht nichts. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, okay, weil ich weiß, es gab gerade das Geräusch, bekam es, es hat jemand aufgelegt. Und jetzt stecken sie in Nordafghanistan! Ein Mandere kann einem wirklich leid tun! Boah, diese Stimme macht mir wahnsinnig. In welches Land haben sie ihn eigentlich noch nicht geschickt? In die Hunde! Ah, ich weiß, unsere Konfi hat uns gekickt, deswegen... Ah, okay, na dann. Du darfst wieder lesen. Hoffentlich hat Angie nicht allzu viel Heimweh. Andererseits erlebt sie ihre aufregende Schauplätze, die exotisch... Ich hab schon fast gelesen, die erotische Küche... Das macht nichts, das lassen wir... Exotische Küche! Die erotische Küche lassen wir mal hier stehen. Okay. Ach, der... Sexisch! Ich war mal sexisch, jetzt muss ich mal... Irgendwie wird das Problem überstehen? Nee, was... Warte... Ich kann so sexisch nicht. Das ist ja, ich glaub, eine der wenigen Sachen, die ich nicht kann. Ähm... Ich würde ihn mit er und Eric Socke machen. Machen wir halt schweizerisch Nummer zwei. Okay, hab ich noch einen Schweizer. Zumindest hat der Dr. Gaysen seine Anwesenheit, seine Arbeit hier übernimmt. Ha! Ich soll also für zwei arbeiten, ja! Aber mal ehrlich... Die beiden haben einen schönen langen Urlaub verdient! Bei den ganzen Einsätzen können sie ja kaum noch Zeit miteinander verbringen und wenige Kinder zeugen! Bitte sprech nie wieder in dieser Stimme! Denn für diese Stimme könnte ich dich erwürgen! Aber sie muss noch so lange bestehen bleiben, bis das der Film beendet ist! Was meinen sie damit? Ihre Arbeiten doch rund um die... Sie arbeiten doch rund um die Uhr zusammen! Ach, kommen Sie! Sie wissen sehr wohl, was ich meine! Juhu! Ist das Kopftisch? Nee, Kopffrank! Ach so! Du bist dran! Direktor Hoffmann! Die Ausbildungsabteilung würde gerne aus dem Pro... Würde gerne aus... Würde... Das Programm für den nächsten Monat besprechen! Es scheint... Um der... Es scheint um den Lehrplan zu gehen! Soll ich mich darum kümmern? Vielen Dank, Sidney! Nein, das werde ich gerne selbst erledigen! Wir haben in den nächsten Wochen einen Gehirnchirurgen aus Deutschland zu Gast! Das sollte jetzt nur Scherz sein! Oh, ich fahr grad auf meinem Kabel rum, das sollte ich runterlassen! Wäre gut! Ich brauche nur einen Aufbau, der Kurse entsprechend aufzupassen! Ich brauche nicht aufzupassen! Wie Sie wünschen! Dies ist der rote Fortbildung... Das erste Fortbildungsseminar, das Caduceus anbietet! Eine große Verantwortung! Aber wenn wir unsere Diagnose globalisieren möchten, so ist dies ein wichtiger Schritt! Die Leute verlassen sich auf unsere Ärzte! Daher brauchen wir die beste... Brauchen Sie die beste Ausbildung! Ich verstehe! Sagen Sie, wenn Sie etwas... Welche etwas für Sie tun können! Tee, ein Blasen, irgendwas? Ich danke Ihnen, Herr Sekretär! Nun, da wir gerade davon sprechen, würden Sie dies bitte an Dr. Derek Styles schicken? Was ist das, ein Paket? Was ist in dem Paket? Achso, in dem Paket. Ich lerne heute nicht mehr Läden. Dankesbriefe, die wir von Patienten aus aller Welt erhalten haben. Stalt hat es wirklich verdient, die Früchte seiner Arbeit zu ernten. Finden Sie nicht? Und ich will dafür sorgen, dass er auf der Heimreise ein wenig Flug... Lektüre. Fluglektüre hat. Ja! Haha, Fluglektüre. Ein seltsames... Wir sehen... Den Mauszeiger of Doom! Nein! Aber ich schiebe ihn mal lieber wieder raus. Kann man den sehen? Man kann ihn sehen, ja. Oh mein Gott! Der Mauszeiger of Doom ist ein stilistisches Mittel von mir. Der Mauszeiger von Make ist krass. Okay. Den darf er leider nicht zeigen. Schade. Credit! Die Credits! Was sollen wir sagen? Ich würde sagen, du darfst für den Teil, wo du jetzt dabei warst, und was du schon gesehen hast, was schon hochgeladen ist, mal dein Fazit zum Spiel abgeben. Also ich kann sagen, ich habe das ganze Spiel gesehen. Ich habe ja alles verfolgt bislang. Richtig, und jetzt ist ja der Teil, wo du dabei bist, wirst du geladen. Ja, genau. Das spielen wir jetzt in der Zeit, kann ich mal sagen. Richtig. Auf jeden Fall, was ich zu dem Spiel sagen muss, es hat mich echt dazu bewegt, echt mal das selber zu spielen. Ich habe mir die DS-Version gezogen, und auf meinem DS, und, ich wollte gerade sagen, hat sich aufgehängt. Nee. Und es ist halt so, ja, das Spiel hat eben halt seinen ganz eigenen Geschmack. Es ist auch sehr genial gemacht, wie ich finde. Das stimmt. Weil, na okay, es gibt einen kleinen Makel, den ich sage, und das ist der Endboss. Ich hätte mir schon noch einen eigenen Virus gewünscht. Also, aber das ist so ein kleiner Makel. Da muss ich, äh, kurz Einspruch erheben. Einspruch! Moment mal. Einspruch! Ähm, es ging ganz einfach von der Logik nicht, weil es gab genau sieben Guild-Typen. Ah ja, stimmt. Für jeden Tag einen. Für jeden Tag einen. Und deswegen hätten sie nicht noch einen einführen können, da sowieso der Erschaffer von Guild eh schon in Kapitel 5 ausgeschaltet wurde, sozusagen. Da warst du ja dabei. Ja, okay, stimmt. Aber trotzdem, das hätte ich mir eben halt so ein bisschen gewünscht. Ja, dann gebe ich auch noch kurz Fazit ab. Also, ich muss sagen, das Spiel ist genial. Es ist einfach Trauma-Center. Man merkt, dass in Teil 2 die Steuerung ein bisschen angenehmer war. Aber auch in diesem Teil finde ich die jetzt nicht unbedingt sehr schlechter oder ähnliches. Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser als die DS-Wertion. Richtig, es ging auf jeden Fall flüssiger von der Hand. Ich muss sagen, es hat viel Spaß gemacht und ich fand das Spiel storymäßig besser als Nummer 2. Also, die Story hat mich richtig gefesselt. Ja, wir wollen die Enddatei speichern. Wäre sehr nett sogar. Und damit, ja, werden zusätzliche Boni-Folge schaltet. Nee, die lassen wir mal. Okay, wir sind hier wieder am Anfang. Kennen wir ja. Richtig, nur mit Nuntuck, Publish bei Nintendo und Ubisoft. Äh, nee, Atlus. Jetzt wird das geblorben. Nein! Ja, okay, wir sind wieder im Startbildschirm. Damit ist das Projekt beendet. Trauma Center Second Opinion ist durch. Ein Trauma Center bleibt noch offen, bleibt noch im Raum. Es ist noch nicht in Deutschland erschienen. Und zwar Trauma Team. Der dritte Teil der Reihe. Der nach, soweit ich weiß, soll der nach New Blood stattgefunden haben. Warum bekomme ich hier schon wieder Nintendo auf die Fresse geknallt? Also nach New Blood soll es sein. Und es sollen dort sechs Ärzte spielbar sein. Deswegen werden wir sehen, was dort alles geben wird. Und ich werde sagen, das können wir schon mal als sichere Ankündigung dafür sehen, dass ich Trauma Center, äh, Trauma Center, Trauma Team LP'n werde. Den dritten Teil. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei Trauma Team wieder. Ich bin Agner997. Und ich schätze heute noch 5. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.